Willkommen zu der nächsten Aufnahme, Skyrim. Wenn wir uns erinnern, das letzte Mal hatten wir uns geschworen, nach den Hexenrahmen zu suchen. Den nehmen wir dann die legendäre Klinge weg, verletzen den Mutterbaum, sammeln seinen Harz und kehren wieder zurück. Klingt ganz einfach, oder? Sekunde, wo sind die Hexenrahmen überhaupt? Nein, da sind sie nicht. Dann sind sie... Nein, da auch nicht. Ist der Quest überhaupt richtig? Ach, natürlich nicht. Kein Wunder, dass man ihn nicht findet. Trotzdem irgendwie... Find ich's nicht. Ach doch da! Der Weisenfelsen in der Nähe von Helden. Hm. Tja dann, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Und dabei können wir auch gleich bei Falkenring vorbei sehen. Okay, dann gehen wir über Falkenring nach Helden. So, äh, noch kurz eine Sache gucken. Inventar. Ist leer. Okay. Also leer nicht, aber... Ausreichend leer. Und, wir gehen zu Fuß. Und... Also... Ähm... Wintar. 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 Mal sehen. Falkenring. Falkenring ist da nicht. Hm. Egal. Wir gehen einfach mal in die Richtung. Denn, ich habe hier so eine schöne Karte vor mir hängen. Und die bestätigt, von Falkenring geht es nach Wosten. Naja, Wosten ist ja nicht gerade in eine gute Richtung. Deswegen lassen wir das mal nur. Was hat denn die Wache da verloren? Hm. Wahrscheinlich einfach nur eine Patrouille. Wartet. Ich kenne euch ja. Ja, stimmt ja. Wir wurden ja etwas beim Clown erwischt. Wieviel Gold sind auf unseren Kopf aufgesetzt? Zwei? Drei? Ach nee, warte. So können wir ja nachsehen. Aber nicht da, sondern unter Statistik. Und verbrechen. Ja. Zwei Gold. Wow. Ist ja so viel. Wir können einfach an den Wachen vorbeigehen. Hm. Naja. Wir können ab... Okay. Das war etwas verbuggt. Und was ist hier jetzt los? Hallo? Ich habe euch nichts zu sagen. Jetzt geht weiter, sonst befehle ich mal den Wachen euch anzugreifen. Ja. Ist nur so ein schnöseliger Adeliger. Soll er doch. Ich glaube hier sind Banditen drin. Wie heißt das? Festung Graumo. Ja, könnten Banditen drin sein. Wo ist der Weg nochmal? Okay. Wenn man sich das hier so ansieht... Ja, hier geht's zum Fürstentum Valkenring. Und wenn uns jetzt kein Drache oder ähnliches anfällt... Hm? What? Was hat der für Probleme? Achja, wir dürfen ja kämpfen. Hatte ich nicht vergessen. Was zur Hölle sollte das, hä? Ja? Und warum hat er sich voll geheilt auf einmal? Hm. Not mit... Stromerbein... Ausdauer... Ziegenbein... Komisch. Können wir den Pfeil nehmen? Nein. Na ja, Lydia hat zum Glück ja unendlich Pfeile. Was sollte das? Hm. Komisch. Vielleicht hätte ich den noch nicht töten sollen. Ja. Und wie man sieht, da hinten ist ein Bogen. Obwohl sie konnte... Wir haben doch einen Bogen. Dann können wir den hier auch mal nötigen. Mal schauen. Mal schauen. Ihr kommt schon, die verdammten Wölfe. Ich hab nur knapp 300 Pfeile. Oh, ich glaub, der hat mich gesehen. Ja. Oder auch nicht. Mal machen ja das Schleichen verbessern. Und, kommen sie? Nein, sieht nicht so aus. Okay, dann wechseln wir wieder auf das... Auf unseren guten Freude. Okay, hier sind wir auch... Hier sind wir bei Felden. Nun ja, seltsam. Okay. Ähm... Wir sollten bald an eine Kreuzung kommen. Wenn... Hier so auf die Karte gucke... Ja, aber die Kreuzung ist erst im... Fürsten... Ach ja, stimmt. Also die Kreuzung ist erst im Christentum Falkenrei. Falkenrei. Und... Dabei ist auch noch zu bemerken... Was? Was ist denn hier? Es sind Drachen unterwegs, Reisender. Seid gewarnt. Ich weiß, ich war in Helgen. Dann habt ihr sie auch gesehen. Wir haben unser Hain verloren. Unser Vieh. Wir haben kaum genug Gold, um über die Runden zu kommen. Ja, wir treffen die richtige Entscheidung. Hier bist du. Danke. Seid auf der Hut und vergesst nicht, unterwegs den Himmel im Auge zu behalten. Ihr seid so freundlich. Tja... Ja... Dafür sollten wir mal dem Drachen den Kopf aufschlitzen. Aber... Wir sind mit diesen Wünschen lieber vorsichtig. Denn Drachen sind für uns noch etwas zu stark. Wie ich drauf komme? Nun ja... Sagen wir mal so. Es ist so eine Ahnung. Hier ist eine Höhle. Schön für die Höhle. Wir wollen aber nicht da rein. Und wir rennen jetzt mal ein kurzes Stück. Mit weggesteckter Waffe. Den könnten wir auch jagen, aber... Nee. Konzentrieren wir uns erstmal aufs Reisen und nicht darauf unser Inventar zu füllen. Alles klar. Und... Da ist der Weg nach... Rifton... 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 Zentrum... Malta... Solitude... Rorakstad... Helden. Sie kommen mal. Sind wir jetzt eigentlich genau? Stimmt die Karte noch, oder...? Ja... Fantastisch. Nö... Stimmt. Wir sind hier lang. Theoretisch. Und dann die Rückkehr nach Helden. Ist natürlich... Schon nicht so schön. Ich meine... Da war Aldo. Obwohl... Ne... Es wird ja noch gar nicht gesagt. Ja... Ihr könnt das mit dem Aldo ihn vergessen aber wieder behalten. Das wird wahrscheinlich mal nicht so viel bringen. Aber erst einmal müssen wir... Hier lang. Hm...